Musik Heyo Leute, willkommen zu einer Folge Adopt Me und heute werden wir so ein Minispiel veranstalten, wo dann alle mitmachen können hier in diesem Server und ja, wer gewinnt, kriegt dann so ein Fossil-Eck und ja, das ist einfach nur so eine Show Sie können dann halt erraten, was dazu nicht passt Okay, ich zeige euch das mal Wir laufen jetzt einfach mal da hin und danach zeige ich euch, wie das alles hier so läuft Hier haben wir einmal Snickers Wer jetzt für Snickers wählt, muss dann einen Daumen hoch machen Wer für Chips wählt, einen Daumen runter und wer für Pommes wählt, eine Eins So, Eins davon passt nicht zusammen Chips und Pommes sind ja beide, haben ja etwas mit Kartoffeln zu tun Und jo, Snickers gehört da nicht dazu Snickers ist keine Kartoffel Und mal gucken, wer das richtig erratet oder nicht Es ist was mega Einfaches Und ich denke mal, dass hier jeder gewinnen kann Und jeder mal eine gute Chance hat Und ja, jetzt werden wir mal starten Hier, hier ist der Fossil-Eck Und der hat jetzt schon Durst Der kleine Fossil-Eck, du kriegst ja einfach Durst Einmal weggepackt Du kriegst keine Limonade, du Kleiner Sondern, ich zeig euch, wer hier jetzt die Limonade kriegt Die Leute, die wir einladen werden Kriegen hier nochmal eine kostenlose Limonade Hier werden wir jetzt nochmal eine Limonade Irgendwo dahin stellen Keine Ahnung Hier irgendwo Ja, hier können wir das dahin stellen So, einmal dahingestellt Und das Tür kostenlos So, und jetzt laufen sie wieder rein Und hier haben wir jetzt schon ein paar Teilnehmer Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Teilnehmer 5 Teilnehmer sind hier Okay Dann erkläre ich es denen so Die anderen sind irgendwie weggegangen Während ich das erklärt habe Naja, jetzt sind nur noch 3 Leute übrig Und ja, ich denke, die haben fertig gewählt Die eine Dwarf geht erst neben mir und macht sich mit Naja, egal, kann sie ruhig Okay, die sind fertig Okay, Daumen hoch Jeder hatte jetzt einen Daumen hoch, ne? Okay, Daumen hoch, Daumen hoch Und nochmal Daumen hoch Ich denke, alle haben einen Daumen hoch Okay, dann haben alle gewonnen So, dann kriegen alle mal ein Fossil-Ego So, einmal KitKat, kriegt der KitKat Snowflake oder was auch immer Kriegt einmal ein Fossil-Ego So, einmal ihr gegeben Fertig Okay Und dann nochmal Lara Lara, hier, nimm mal an Oh, sie hat meine Handelsanfrage abgelehnt Hey, aber du musst das doch noch annehmen So, okay, noch 15 Sekunden Oh, schade, jetzt müssen wir warten Hm, ich denke, der in der Mitte hatte keinen Daumen hoch Äh, egal, jetzt kriegen alle nochmal ein Fossil-Ego Ist jetzt egal Das ist nicht so wichtig Das wird dann ein bisschen fair sein Eigentlich sollte man auch fair sein Wer gewonnen hat, kriegt was Wer verloren hat, muss dabei stehen Aber, naja Ich möchte hier einfach jedem einmal einen glücklichen Tag geben und schenken Und deswegen kriegen einfach alle jetzt ein Fossil-Egg hier Und fertig ist So, einmal Pinke Lara, kriegt einmal ein Fossil-Egg Und nochmal Der hier Please Pet Sammelt einfach Please Pet Hier einmal Please Pet Hier kriegt einfach mal ein Fossil-Egg So, Handelsanfrage So, ich hab mal nachgebracht Oder der hat nicht geantwortet Aber das ist egal Hier noch ein Fossil-Egg Und ich denke und glaube, sie werden damit glücklich Eine schreibt schon OMG Oh, wie süß So, eine bedankt sich hier auch noch Oh, wie süß Sie bedanken sich Naja Sie haben doch gewonnen Sie brauchen sich doch nicht zu bedanken Hm, nett Okay Ist schön, dass das Paar hier teilgenommen haben Und Hier abgeschlossen Und Jo, ich hoffe Das Video hat euch gefallen Und ich bedanke mich hier bei denen Die teilgenommen haben Ich dachte wirklich, dass keiner teilnimmt Und Jo, es waren doch noch paar dabei So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Oder Nacht Und tschüss The Video hat euch Untertitelung des ZDF, 2020